Wir konnten seit der Zusammenarbeit mit Salva und Partner fünf neue Mitarbeiter einstellen, was uns wirklich sehr gefreut hat. Darunter waren auch Kandidaten, die Interesse an einer Partnerschaft haben und wo wir auch denken, die könnten das diesbezügliche Potenzial haben. Mein Name ist Marc Dürfahrt. Ich bin Partner bei Obermeier & Partner in Osnabrück. Wir sind eine mittelständische Steuerberatungsgesellschaft mit circa 35 Mitarbeitern und wir sind für gute Steuerberatung in verschiedenen Branchen bekannt. Landwirtschaft, Gewerbe, Privatpersonen, alles das, was zu einer Steuerberatungsgesellschaft eigentlich gehört, machen wir hier. Wir benötigten für den Bereich Personalrekrutierung über Social Media einen strategischen Partner, der dafür sorgt, dass wir visibler werden und mehr Leads im Bereich der Personalrekrutierung erhalten. Wir hatten in der letzten Zeit gemerkt, immer dann, wenn Mandantenanfragen kamen, dass wir uns wirklich gut überlegt haben, ob wir den Mandanten noch qualitativ hochwertig beraten können. Einfach weil wir wussten, dass dann gegebenenfalls die Personaldecke zu dünn war und wir hatten einfach festgestellt, wir müssen dort visibler werden, um auch zukünftiges Wachstum generieren zu können. Wir wurden per Telefonanruf von Salvo & Partner kontaktiert, zu einem Zeitpunkt, wo wir uns generell gefragt haben, was können wir im Bereich Personalrekrutierung über Social Media verbessern. Das war einfach ein perfekter Zufall. Wir haben uns das Ganze angehört, wie die vorgehen und letzten Endes haben wir uns für Salvo & Partner entschieden. Das Gespräch war super strukturiert. Der Ansatz wurde bereits früh in groben Zügen erläutert und nach dem Gespräch waren wir überzeugt, dass das unser Partner für den Bereich Social Media Marketing werden könnte. Die Zusammenarbeit mit Salvo & Partner ist unkompliziert. Ich habe das Gefühl, dass die zu unserem Team gehören, dass die einfach super schnell auf unsere Belange und Bedürfnisse reagieren und wir dadurch immer das sehr schnell kriegen, was wir auch in der aktuellen Situation benötigen. Ich hatte am Anfang natürlich die Situation, ich musste mich fragen, ist es wirklich der strategische Partner, dem wir vertrauen können? Weil es ist mittlerweile so, dass wir auch als Steuerberatungsgesellschaft relativ häufig von Werbeagenturen kontaktiert werden, die genau in dem Bereich Social Media Marketing unterwegs sind. Und natürlich hat man dann die Situation, dass man sich fragt, wie finde ich jetzt den Partner, der zu mir passt? Das konnte aber relativ schnell gekräftet werden durch den individuellen Beratungsansatz. Wie gesagt, wir haben sehr schnell mitgeteilt bekommen, wie man bei uns konkret vorgeht. Wir wussten also ganz genau, wo ist der Unterschied zu anderen Werbeagenturen und deshalb konnten diese vielleicht anfänglichen Unsicherheiten sehr schnell beseitigt werden. Wir haben uns explizit für Salvo & Partner entschieden, weil einfach deren Ansatz sich von anderen Agenturen unterscheidet. Der Ansatz von Salvo & Partner war aus meiner Sicht durch zwei Dinge gekennzeichnet, die wirklich einen Unterschied gemacht haben. Das Erste ist, dass man sich sehr stark mit unserer Unternehmenskultur beschäftigt hat. Wir haben sogar in diesem Zuge eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, um wirklich herauszufinden, was sind eigentlich die Stärken, die uns auszeichnen. Dadurch haben wir verstanden, auch wie unsere Zielgruppe eigentlich tickt. Und der zweite Aspekt war, dass wir in dem Zuge auch unsere Karriereseite komplett überarbeitet haben, sodass die Anzeigen mit der Kommunikation auf unserer Karriereseite wirklich aus einem Guss ausgespielt werden konnten. Durch die Zusammenarbeit hatten wir verschiedene Vorteile. Wir haben eine bessere Planbarkeit der Mandanten-Tätigkeit. Wir konnten unsere Visibilität erhöhen, indem wir bekannter geworden sind in der Region für unsere entsprechenden Zielgruppen. Und entsprechend konnten wir auch Wachstum generieren, weil wir in der Lage waren, auch neue Mandanten aufzunehmen. Es hat mich total überrascht, wie einfach die Zusammenarbeit mit Salvo & Partner ist. Es ist wirklich so gewesen, dass man das Gefühl hat, es ist ein Team, was dort für uns arbeitet und sich immer auf unsere individuellen Gegebenheiten einstellt. Wir haben eine deutlich höhere Anzahl der Leads erzielen können. Also sprich, wir können wirklich mit unserer Zielgruppe ins Gespräch kommen und darüber auch Einstellungen generieren. Und was mich auch wirklich sehr gefreut hat, durch die Steigerung der Reichweite, ist auch gleichzeitig die Kanzlei bekannter geworden. Wir werden von verschiedenen Unternehmen angesprochen, wie gut sie unsere Kampagnen finden. Das Feedback, was wir also von vielen Leuten erhalten, ist insgesamt sehr, sehr positiv. Kurz gesagt, ich würde jedem empfehlen, Salvo & Partner für den Bereich Social Media Recruiting zu nehmen. Wir fühlen uns super aufgehoben. Wir sind der festen Überzeugung, dass es der richtige strategische Partner für uns ist. Und die Arbeitsergebnisse geben Salvo & Partner recht. Vielen Dank. Vielen Dank.